Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Fit und munter sein, wer will das nicht? Und doch haben ziemlich viele Leute Probleme mit den Linien, sind nicht mehr so beweglich oder leiden unter Stress. Zum Fit und Munter sein braucht es gar nicht so viel, wenn man es richtig macht und die drei Grundregeln beachtet. Erstens mehr bewegen, zweitens besser entspannen und drittens bewusster essen. Goethe möchte Ihnen dabei helfen, fit und munter zu bleiben oder vielleicht auch wieder zu werden. Und zwar mit dem hier, mit der Fit- und Munter-Broschüre, eine Sammelreihe für mehr Lebenslust. In dieser Broschüre haben Turnlehrer und Ernährungsfachleute eine ganze Reihe von interessanten Beiträgen für Sie zusammengestellt. Zum Beispiel eine ausführliche Ernährungslehre, verschiedene Entspannungsmöglichkeiten, psychologische Tricks zum Abnehmen. Sie finden ihr Idealgewicht heraus und Sie erfahren, wie lange Sie spazieren müssen, bis Sie Kalorien von einer Tafel Schokolade verbraucht haben. Natürlich enthalten diese Broschüren auch Gymnastik, Ausdauer und Kraftübungen, die Ihnen Spass machen. Und auf was Sie müssen achten, damit Sie gut essen können, ohne Angst vor den Kalorien zu haben, zeigen Ihnen die feinen Rezeptvorschläge. Holen Sie also so schnell als möglich so eine Fit-und-Munter-Broschüre bei GOP, nehmen Sie den Weg als erste Fitnessübung gerade unter die eigenen Füsse und machen Sie mit am Fit-und-Munter-Wettbewerb, wo Sie mit ein bisschen Glück tolle Preise können. Auch bewusster Essen gehört zum Fit-und-Munter-Blieben. GOP offeriert Ihnen darum immer wieder Produkteneuheiten, die Ihnen Ansprüche entgegenkommen. Zum Beispiel Sojabrot, eine schmackhafte Spezialität, die dank dem Soja-Anteil 75% mehr Eiweiss und 30% weniger Kohlenhydrate enthalten. Oder die Sandrei-Nusskernen-Mischung mit fünf verschiedenen Nusskernen, die wertvolle Pflanzenöl, Eiweiss, Mineralstoffe und Vitamine enthalten. Viel Gesundes enthalten jetzt auch das GOP-Rezept von dieser Woche. Sollten Sie nicht mehr wissen, wie man eine gute Zeebelweihe macht, so schauen Sie jetzt gut zu. Zuerst Zeebeln und Speckwürfeli ungefähr 10 Minuten glasig brütteln und die Pfanne vom Feuer nehmen. Dann einen Kuchenteig auswallen, auf einen Blech legen und mit einer Gabel ein paar Mal einstechen. Für den Guss Mehl und Milch glattrieren, Halbrahm und Eier dazugeben, Salz, Pfeffer und Musken-Nuss und alles gut verquirlen. Dann Zeebeln und Speckwürfeli auf den Teigboden verteilen und zuletzt der Guss. Die Weihen dann im vorgeheizten Ofen auf der untersten Rille 25 bis 35 Minuten backen. Es ist ein lustiges Rezept, finden Sie nicht? Es steht in der Go-Zeitung von dieser Woche. Vielfach genügen! Auch wir wünschen Ihnen viel Spass und danke fürs Zuschauen! Gerade anschließend zeigen wir Ihnen noch Go-B-Aktionsangebote, das Sie auch morgen wieder günstiger einkaufen können. Jeans sind in! Darum finden auch die Männer eine grosse Auswahl an Jeansbekleidung im Go-B-Warenhaus. Diesen schöne Frühlingstrauss finden Sie in allen Go-Bblumenabteilungen für nur 4,50. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Go-B in die Tauben Zabastan 50 Kg günstiger, z.B. Mentadencee oder Colgate Fluor plus Mineral statt 2,95 Kg nur 2,45 Kg. 2 Liter Gobsunnenblumenöl statt 8,60 Kg nur 7,60 Kg. 3 Portionen Sheba Katzenvollnahrung, Rind oder Geflügel statt 3,45 Kg nur 2,70 Kg. Ein Becher Kristallina Familiamüsli statt 5,90 Kg nur 75 Kg. Goldstar Boulébrustfilet, geschnetzelt statt 4,50 Kg nur 3,70 Kg. Nivea Body Milk und Body Lotion statt 4,95 Kg nur 3,95 Kg. Und noch morgen übermorgen und am Samstag Apfel, Tragtasche noch 2,5 Kg, 1 Fr. günstiger. Auf Wiedersehen!